nicht auf Kamera. Aber jetzt. Gut. Wir schreiben heute den 27.04.2022. So ein Einflug hat Innsbruck noch nie gesehen. Und das wird gut gehen. Ja, der ganze scheiß Autopilot funktioniert nicht. Das Ding hat eine Macker. Ich demonstriere, was passiert. Okay, der funktioniert auch nicht mehr. Sie haben abgeschaltet. Ich habe abgeschaltet. Warte mal, ist ja richtig heute. Wir schreiben den 27.04. Ja, ja. Du solltest eigentlich eine Platzrunde fliegen. Und von hinten rum anfliegen. Nicht von der Seite. Ja, klar. Scheiß drauf. Ich lande jetzt hier. Ich soll es hier nur sagen. Ich fliege mit... Wie soll ich mit der Boeing hier eine Platzrunde fliegen? Das heißt, du musst nach links fliegen? Kurz vor den Bergen wieder rechts rum. Und dann versuchen zu landen. Mit der Boeing am besten kleine Platzrunde fliegen. Was auch, dass wir nicht so langsam werden. Sonst starten wir gleich wirklich ab. Auf... Alles gut. Schau zu. Warte, geh mal auf Triebwerksansicht. Warte, geh mal auf Triebwerksansicht. Landefallgabe. Schön. Geh auf Triebwerksansicht. Das war lustig jetzt. Sag mal, wenn du auf Triebwerksansicht bist. Den kann, dass du ja mehr hast, ja. Bist du auf... Korrekt. Ja. Gut luck. Ich seh, ich seh die Landebahn nicht. Ah, da ist er. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ich seh Autos, ich seh Baufelder, Bauhäuser. Jetzt wird's lustig. Scheiße. Also ich find's lustig von hinten. Wir fahren mit dem 27.04.2022. So ein Anflug hat Innsbruck noch nie gesehen. Wir landen mit einer Bulling 7478i. Oh, oh Lending Gear. Scheiße. Wieso, muss doch draußen sein. Nein, war nicht draußen. Ich fahrs grad raus. Das war nicht draußen. Wir werden jetzt ohne Fahrgack gelandet. Der Drecksack gelandet. Bei der Kissen funktioniert ja ja nichts. Wir werden ja lang geschliffen. Aber jetzt bitte nicht D drücken oder so. Mach mal F. Für Feuer. So, wir landen gleich. Oh, wir sind ja schon tief, oder? Wie sieht's bei dir aus? Ziemlich häusrig. Aber sonst alles gut. Super. Vertraue mir, ich bin ein guter Pilot. Oh ja. Also zumindest nicht schon mal Schnee da. Da hast du doch recht gehabt. Schnee heute. Schub weg. Lass mich machen, die Scheiße. Alter, übelst gut gelandet, ne? Ja? Ja, dann bremse mal. Ist doch gut. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Mach we're out. Nicht genau diese Dinger. Gut. Ah, gut. Oh, wir stehen. Oh, wir hatten vielleicht noch 20, 30 Meter. Oh, wir hatten vielleicht noch 20, 30 Meter. Wir haben's geschafft, ja? Ist das jetzt dein Ernst, ja? Also ich hab die Landung gar nicht so gedruckt.